Hi, bist du die Neue? Ja. Ich bin Otto. Lisa. Hast du einen Freund? Nein. Willst du einen? Denn ich bin gerade frisch getrennt. Äh, nein. Ich bin erst zwölf. Das wirst du noch bereuen. Das wirst du noch bereuen. Was ist das noch denn komisch? Heute hatte ich bei Cupcheats 20 Kills. Was? Ich schaue immer nur so ein. Ja, gestern hatte ich 30. Du bist doch voll der Junge an Gegensatz zu mir. Ja, auch übrigens, ähm, die Neue, ne? Lisa meinst du, ne? Ja, äh, hab lieber nichts mit ihr zu tun. Die ist eine richtige Schlampe. Sie hatte nämlich bei meinem Volleyballkurs schon, äh, die ganzen Freunde, also die ganzen Jungs bei unserem Volleyballkurs. Du Scheiße, Alter. Danke, dass du uns vorwarnst, Mann. Ich hasse so welche Mädchen. Können...